Ich suche nach einigen Artefakten. Und das schon ziemlich lange. Eine alte Freundin aus La Paz hat mir ein sehr interessantes Gerücht erzählt. Was für Artefakte? Hey. Außer du hießt ihn. Dann musst du eine Stunde warten. Wenn du nicht aufhörst zu schwingen, muss ich kotzen, Lara. Dann sieh nicht auf den Bildschirm. Vorsicht! Tief durchatmen, Sip. Sonst wird es eine lange Reise. Du bist und bleibst eine Optimistin. Oh, das war aber knapp. Scheiße, ja, ich werde es Rutland... Weißt du, wer er ist oder für wen er arbeitet? Kein blassen Schimmer. Er will nicht erkannt werden. Ist das gut oder schlecht? Da er es nicht will, ist es schlecht. ... Schuf! Schuf! Wir sind diese Kerle. Die Frage ist, warum sie sich die Mühe machen, Ruinen zu bewachen. Genau. Die Frage ist, warum sie sich die Mühe machen. Die Frage ist, warum sie sich die Mühe machen. Die Frage ist, warum sie sich die Mühe machen. Die Frage ist, warum sie sich die Mühe machen. Tja, wer kann, der kann. Was ist das für ein Krempel? Damit bringt man Material weiter in den Berg hinein. Die antiken Baumeister mussten gelegentlich schwere Stellenformationen umgehen. Es ist unglaublich, dass Raubtiere Beute angreifen, die größer ist als sie. Unschade. Wie ist? Wie ist das an einem Affen oder einem Menschenschädel? Unheimlich. Wie ist das? Wie ist das? Wie ist das? Wie ist das? Du scheinst voranzukommen. Ja, aber halt wie? Mit Geduld und Beharrlichkeit. Das ist kein gutes Jagdrevier, mein Freund. Das ist kein gutes Jagdrevier. Das war's für heute. Was wir hier tausend Jahre später sehen, ist nur die abgespeckte Version. Oh verdammt, weg da, los! Bist du noch ganz? Ja, und ich atme noch. Oh, dear. Oh. Das ist das Zentrum des finsteren Imperiums. Von all denen steht nichts in den Büchern, aber ich denke, die Teile hatten einen zeremoniellen Zweck. Wenn das so ist, möchte ich die Zeremonie lieber nicht sehen. Oh. 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 Ich schieße ihn! Reicht von der Seite an! Das war's für heute.